Hi, ich heiße Bahar und mein Text heißt verwundert und ist letztens entstanden angesichts der angespannten politischen Lage, die mich sehr viel zum Nachdenken über mein kleines Ich, das geflüchtet ist, zum Nachdenken gebracht hat. Ich dachte, es hat alles geendet, als ich zwölf Jahre alt war, als dieser Mann mir drohte mich im Zug totzuschlagen. Und warum? Weil ich ein Ausländer bin. Weil ich nicht hierhin gehöre, weil ich dumm und nutzlos bin. Mein zwölfjähriges Ich wurde zu Beute. Ich diente als Projektion eurer Vorurteile gegenüber meiner Leute. Ja, sogar bis heute. Denn im besten Fall seht ihr Jasmin, Aladin oder die reichen Ölscheiche, aber in den meisten aller Fälle den unterdrückenden Mann und behandelt mich wie Scheiße. Ich wünschte, ich könnte es besser ausdrücken, aber es geht wirklich nicht. Ich bin verwundert. Was ist es denn, was euch stört? Sind es die Haare, die andere Sprachmelodie oder doch die Farbe der Haut? Oder sind es doch Augenbrauen und Wimpern, die wuchern wie Kraut? Egal, was es ist. Ich verstehe es nicht. Denn heutzutage bin ich äußerlich schön. Das sagst du mir zumindest. Und ich frage mich, warum du es erst jetzt so findest. Und ob ich es dir wirklich abkaufen kann? Ich weiß ja nicht. Denn die dichten braunen, die gebräunte Haut, die Locken und der Geruch von meinem Essen, daran hattest du immer was auszusetzen. Und von der Idee, mich zu hassen, ja, von der warst du auch besessen. Aber ich verstehe es nicht. Denn was ich heute sehe vor mir, ist lediglich eine bearbeitete Version vor dir. Oder doch eher eine Kopie von mir, denn du nimmst dein altes Ich ins Visier. Hautweiß wie Schnee lässt sich im Nu beheben mit einem wenig Bräunungsspray. Dieselbe Haut, die dir früher schmutzig vorkam, wirst du jetzt haben. Augenbrauen gemacht sehen aus wie meine von früher. Die, für die du mich gehänselt hast. Aber all das wofür? Ich kenn dich nämlich noch von früher. Haare, Kerzen gerade. Aber heute mit dem Lockenstab keine Gnade. Denn für ein paar Locken ist dir nämlich nie zu schade. Die sehen ja so schön aus. Erinnerst du dich an die, die bei mir komisch wuschelig aussahen? Weißt du was? Das ist doch alles egal. Denn am Ende des Tages ist all das banal, aber doch nicht ganz egal, wie ich finde. Denn so oft wie du sagst, es tut mir leid, wirklich. Mein kleines Ich versteht dich nicht. Es versucht es gewiss, aber es klappt irgendwie nicht. Aber Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich, oder so, sagten sie zu mir. Und so auch die Kultur hier. Zum Frühstück isst du Hummus und Falafeln am Mittag sind ein Muss. Aber die Aussprache ist dir egal. Guck mal. Es heißt Hummus und Falafel. Und Jan auch weiß. Ich heiße nicht Baher, sondern Baher. Boah, dein Name ist ja echt krass. Ja, aber bei der Bettin richtig auszusprechen, machst du lieber einen Pass. Hör mal, es muss ja nicht gelingen, aber zumindest ein Hauch eines gut gemeinten Versuchs erklingen. Oder ist es zu viel verlangt? Denn für mich ist dein Wort Rindfleisch, Etikettierungsüberwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz, ein Kinderspiel, aber die sind schon drei Buchstaben zu viel. Ich sehe schon, es hat keinen Sinn. Ich lasse es lieber. Vielen Dank.